hallo leute und willkommen zu diesem neuen video auf meinem kanal ja heute bin ich wieder neu am start und es gibt sehr viele publikationen wessen ich kein video gemacht habe und jetzt ist los mit den videos ja heute möchte ich noch mal ein vorstellungsvideo machen weil sozusagen von null begonnen habe ich werde jetzt auch keine barbie videos mehr machen wenn sie kind ist ja eben weil sie wollte ich wollte und deswegen werde ich jetzt aufhören damit mit barbie videos und deswegen vlogs abenteuer und lustige szenen film wie ihr schon gesehen habt und ich habe auch meinen kanal namen und das und zwar die crazy ja tut mir leid ich so irgendwie zum stift hier rum bin oder rumgehe oder so das tut mir sehr leid aber das stift ist halt neon pink und dann fangen wir gleich auch mit dem ersten märkmal an das war meine lieblingsfarbe neon pink und türkis das habe ich gerade nicht gestimmt ok ja ihr werdet sehr viele lustige abenteuer auf diesem kanal sehen und jetzt will ich auch wieder meine cousin mitmachen und ja leute wir waren übrigens in der therme erding und ich werde euch vielleicht auch videos oder fotos verlinken aber halt nur die nicht die privaten sondern eher so die nicht so privaten fotos oder bilder und ich schlaf nicht ja und meine cousine hat jetzt auch einen kanal und stellt und schaut gerne mal bei ihr vorbei ich verlinke euch den namen in der infobox und ja leute ähm jetzt glaube ich beginnen wir mit dem vorstellungsvideo und jetzt geht los so leute also fangen wir an mit meinem namen ich heiße angelina aber ihr könnt euch auch angi nennen das finde ich viel toller und besser einfach als anglina das klingt auch ein bisschen cooler und ja genau dann komme ich in die sechste klasse und schnell leute ja wir kommen alle in die sechste klasse am dienstag und ja meine lieblingsfarben habe ich schon gesagt mein lieblingsziel sind natürlich einhörner ja einhörner 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 über alles und ja willst du ja okay und ja das war eigentlich das vorstellungsvideo sehr sehr knapp und klein aber ja und schneeengel machen und einhörner frittan und streichen und zu dem erding fahren ja das war mein vorstellungsvideo sehr sehr knapp und klein aber klein aber fein ja schaut gerne auf meinem kanal von meiner cousine vorbei und ja jetzt möchte ich das video beenden und bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss